So, erstmal ins Kristallium rüber. Da gibt's doch bestimmt irgendjemanden, mit dem wir reden können. Okay, schauen wir mal. Hier ist... Doch, hier ist jemand. Mit dem Auftrag. Ich hab doch aber schon einen Auftrag angenommen. Hey, Duda! Klasse Timing! Ich hab ne Bitte, aber die muss unter uns bleiben. Besiege einen Striker für den Nachrichtendienst. Die Magitech-Mechs stellen das Herz der militischen Militärkraft dar. Wir müssen da ihre Funktionsweise und ihre Komponenten studieren. Besiege dafür einen der in der Ruprum-Region auftauchenden Striker. Nur keine Zurückhaltung. Für die Analyse brauchen wir den Striker nicht im Ganzen. Okay, dann wird das andere abgebrochen. Das ist natürlich blöd, ne? Ne, ich glaub, ich bleib beim Monsterjäger. Du verstehst schon, dass irgendjemand diesen Auftrag übernehmen muss, ja? Ja, ja. Geh mir nicht auf die Nerven. So, das heißt, wir müssen jetzt mehrmals auf die Weltkarte gehen. Da würde mich interessieren, kostet es mich jetzt jedes Mal 6 Stunden, wenn ich auf die Weltkarte gehe? Oder nur einmal? Gut, ich kann dann mehrfach draufgehen und wieder in die Akademie. Wenn es wirklich jedes Mal 6 Stunden kostet, das wäre natürlich mies. Schon wieder ein Auftrag. Es gibt viel zu viele Aufträge hier. Was gibt's denn bei dir, Schönes? Oh, ein Kadett der berühmten Klasse 0. Die Lieblinge der Dr. El-Ratia. Vielleicht erlaubst du mir, dich mit einer kleinen Bitte zu belästigen? Besorge einen Edelpelz für das Rüstungslabor. Tu mir doch bitte den Gefallen und besorge mir von den Monstern in der Corsi-Grotte einen Edelpelz. Ähm, nein. Oh, bitte komm wieder, wenn du Zeit für mein Anliegen hast. Wobei mich halt interessieren würde, wo die Corsi-Grotte denn jetzt genau liegt. Müssen wir mal gucken, ob wir das noch rausfinden können. So, wo waren wir denn noch nicht? Himmels-Terrasse. Da gibt's doch bestimmt wieder jemanden, mit dem wir reden können, oder? Also, mit dem man wichtige Gespräche führen kann. Nicht. Gut, dann nicht. Hat sich das auch schon erledigt? Äh, ähnlich wird's wahrscheinlich im Salon gelagert sein, befürchte ich mal. Und auch der Gemeinschaftsraum hat ja eigentlich nicht so viel wichtige Sachen zu bieten. Doch, hier gibt's einen Auftrag. Wie toll. Und ein Gespräch zu führen. Wer bist du denn? Hey, Leute! Ich glaube nicht, dass wir uns getroffen haben. Huh? Wer bist du? Wow, jetzt! Du musst hier neu sein, wenn du mich nicht kennst. Ich bin Nagi. Ein Paragon von Virtue und Hero für Mädchen und Mädchen zusammen. Charmed, ich bin sicher. Y-yes. Es ist ein Freude, dich zu treffen. Hey, stopp' es, Deuce. Dieser Punk ist wie ein Schmerz, yo. Oh, jetzt, nicht so. Komm, sprich mit mir, wenn du Probleme hast. Das ist wirklich tolles Einfühlungsvermögen und... Ach, ich weiß auch nicht. Ich finde die lustig. Was gibt's denn bei dir? Ich habe etwas, um das ich jemanden aus der Klasse 0 bitten möchte. Sammle 100 VP für die Verwaltungsmitarbeiter. Ja, ist ja nix. Jetzt ist Zusammenarbeit gefragt. Registriere dich für das Verstärkungssystem und sammle 100 VP, indem du auf Einsätzen Verstärkung aus der Akademie antwortest. Dieser Auftrag ist wie immer nur bis zum Missionstag verfügbar. Außerhalb von Missionen kannst du VP sammeln, indem du bereits abgeschlossene Einsätze vom Titelbildschirm aus wiederholst oder dich einem am Feldeinsatz stellst. Machen wir jetzt nicht. In Zeiten wie diesen brauchen wir unsere gegenseitige Unterstützung. Ja, ja. Ich kann mich ja nicht um alles kümmern. Das wäre was, was ich abseits des Let's Base jetzt durchaus mal machen würde. Aber ich habe eigentlich nicht vor, die Aufnahme jetzt schon vor der nächsten Mission zu beenden wieder. So, hier haben wir auch noch jemanden zu besprechen. Was? Du wirst wissen, wie aus mir so ein toller Hengst geworden ist? Äh, eigentlich nicht. Aber lass mal hören. Tja, das muss wohl der gute Oriente Hopfen sein, den ich mir jeden Abend genehmige. Der aus Korsi ist eindeutig der Beste. Voll im Geschmack, eine schneeweiße Schaumkrone. 18 Liter gönne ich mir am Tag davon. Was? Was meine Frau dazu sagt? Die hat sich vor drei Jahren aus dem Staub gemacht, als sich betrunken auf dem Küchenfußboden ein Nickerchen hielt. Ja, warum wohl? Jetzt habe ich schlechte Laune. Das schreit nach einem Bier. Komm doch mit. Ich nehme lieber den Supertrank. So, wer bist du denn? Tokito. Hey, du da. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Ich will Fräulein Emina ein Geschenk kaufen. Warum? Das geht dich gar nichts an. Ich kann hier auf jeden Fall nicht weg und brauche jemanden, der das Geschenk für mich besorgt. Ich würde ihr gerne ein, ähm, ein Bikini schenken. Jetzt guckt nicht so. Sie hat mir selbst erzählt, dass sie Bikinis über alles liebt. Fräulein Emina würde in einem dieser neuen Triangel-Bikinis bestimmt absolut umwerfend aussehen. Kannst du mir so einen besorgen? Kaufe im Auftrag von Tokito einen Bikini. Ja, schön. Kannst du mir einen dieser sexy Triangel-Bikinis besorgen? Was? Nein, der ist nicht für mich. Solche Bikinis gibt es in einem Laden in der Stadt Korsi zu kaufen. Nicht jetzt. Verstehe. Ist wohl ein wenig zu viel verlangt. Junge, du willst eine Dame dadurch beeindrucken, dass du ihr einen Bikini schenkst. Das ist nicht die feindfühligste Methode. Naja, gut, was soll's. Du bist aus der Klasse 0, ja? Was hältst du davon, dass Kadetten ausgesandt werden, um zu kämpfen? Nachfragen, was Koharu selbst davon hält? Äh, interessiert mich das? Eigentlich nicht. Ich mach's halt mal. Egal. Kadetten trainieren, um als Agitor Orients den Frieden zu bringen. Wir sollten nicht als Werkzeug für den Krieg missbraucht werden. Ist die Elite Robrums auf einmal nichts anderes mehr als das, was den Militen ihre Magite Backmacks sind? Entschuldige bitte. Ich musste das gerade mal loswerden. Das liegt mir schon die ganze Zeit auf der Seele. Du hältst mich jetzt bestimmt für einen Feigling, aber nun weiß ich, was ich zu tun habe. Danke fürs Zuhören. Ich halte niemanden für einen Feigling, der der Meinung ist, dass es nicht richtig ist, Leute in Kriegel zu schicken. Das ist vollkommen okay, die Ansicht. Die Restaurationsarbeiten in der Akademie scheinen gut voranzukommen. Restauration? Achso, wegen dem Angriff oder... Wahrscheinlich. Gut, ähm, lohnt es denn jetzt überhaupt noch irgendwo anders reinzuschauen? Haben wir denn überhaupt noch irgendwelche Sachen offen? Waren wir schon im Rüstungslabor? Ich glaub schon, ne? Ja, ja, da war ich. Stimmt, da hab ich doch den Auftrag mit den Vertigos angenommen, glaub ich. Gut, dann haben wir noch sechs Stunden über. Und haben noch die Weltkarte zu bereisen. Das passt doch ganz perfekt. Auf geht's. Äh, mit dir kann ich jetzt leider nicht mehr sprechen, kleiner Mokri. Das tut mir leid. Ich brauch die sechs Stunden, um auf die Weltkarte zu kommen. Massen von Aufträgen. Wer soll die denn alle erfüllen? Rem ist jetzt Kadett in der Klasse 0, richtig? Ich würde gerne etwas mit ihr besprechen. Könntest du ihr ausrichten, dass ich hier auf sie warte? Lass Rem mit Enrush sprechen. Ich habe etwas mit Rem zu besprechen. Kannst du ja ausrichten, dass ich hier auf sie warte? Könnte ich natürlich. Ähm. Die Sache ist, ich will jetzt den anderen Auftrag nicht ablehnen. Verstehe. Ich bewege mich hier nicht weg, falls du deine Meinung also änderst. Später. Aber wenn die Aufträge alle verfallen mit dem Beginn der nächsten Mission, dann hast du natürlich Pech gehabt. So, machen wir uns mal auf in die Eingangshalle. Und schauen einfach mal auf der Weltkarte, was es so schönes gibt. Was hättest du im Angebot? Ich möchte dich um einen Gefallen bitten, natürlich. Besorge drei Heiltränke für die Logistikmitarbeiterin. Wir müssen die Kadetten mit Heiltränken versorgen, aber unsere Vorräte sind aufgebraucht. Bitte besorge uns drei Stück. Die anderen Kadetten werden es dir danken. Ach komm, ich mache erst mal solche kleinen Mistaufträge. So, habe ich die denn schon dabei? Vielleicht? Ja. Danke. Hier, das ist für dich. Ein Äther. So, und dann kann ich ja eigentlich auch gleich mal auf Rem wechseln. Rem, 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 Rem. Natürlich ganz unten. So. Und dann gehen wir mit der kleinen Schnecki nochmal zu dem seltsamen Typen draußen auf dem Hof. Muss ich mir danach halt nochmal eine neue Mission annehmen. Da wird sich schon was finden lassen. Ist ja nicht so, als gäbe es hier keine. Ja, was? Ja, was? Hallo Rem. Was? Nein, nichts Sichtiges. Ich wollte nur Hallo sagen. Äh, hallo. Das hier ist für dich. Was? Nein, ich habe tausende davon. Nimm schon. Eine Phönixfeder, wie nett. Komischer Typ. Naja. Was gibt es denn bei dir zu erfahren? Die Trainingsanlagen in der Kampfarena stehen den Kadetten wieder zur Verfügung. Den schnellen Wiederaufbau verdanken wir allein euch. Okay. Achso, ich wollte gerade sagen, gibt es heute noch was zu erfragen, aber nein. Jetzt können wir also hier auch ein bisschen trainieren gehen, theoretisch. Wir schauen mal kurz rein. Wir waren ja noch nicht in der Arena. Kampfarena. Der Ort, an dem wir Kunmi besiegt haben. Okay, was lässt sich hier veranstalten? Willkommen. Hier kannst du dich für Gefechtsübungen einschreiben. Die Einrichtung wird von der Magiefakultät betrieben. Besonders viel Erfahrung kannst du in solchen Gefechtsübungen zwar nicht sammeln, aber du solltest jede Gelegenheit nutzen, um dich zu verbessern, wenn du in einem echten Kampf überleben wirst. Gefechtsübungen. Gefechtsübungen geben dir die Möglichkeit, in einer Kampfsituation echte Kampferfahrungen zu sammeln. Es kann jeweils nur ein Kampfmitglied für das Training gewählt werden. Die Gegner rücken unaufhörlich nach. Um das Training beenden, musst du aus dem Startmenü die Option Operation Abbrechen wählen oder die Arena durch das Tor verlassen. Von den besiegten Gegnern erhältst du eine geringe Menge EP und Anime. Sollten deine TP auf 0 fallen, wird die Simulation abgebrochen. Die Niederlage wird aber nicht als Game Over gewertet. Gesammelte EP und Anime gehen nicht verloren. Okay, Richtlinien für die Gefechtsübungen. Bei den Gefechtsübungen handelt es sich um Einzelkämpfe gegen magisch erzeugte Hologramme. Es können Erfahrung und Anime gesammelt werden. Bei einem K.O. endet die Übung. Die Niederlage wird jedoch nicht als Game Over bewertet, das hatten wir gerade schon. Wähle zum Beenden der Übung, Repatriierung aus dem Menü oder verlasse die Arena. Während der Übung eingesetzte Gegenstände werden nicht zurückerstattet. Probieren wir es doch mal. So, auf geht's. Achso stimmt, sie hat ja einen Nahkampf an die Rippe. Sie ist halt auch nicht die Stärkste im Menü, ne? Stell ich gerade so fest. Wow, den habe ich gut erwischt. Und vorbei mit dir. Oh, komm schon. Ich wollte eigentlich auch gar nicht die Heilung gerade in Anspruch nehmen. Das war ja mehr so auszusehen. Oh, ich bin tot. Das ging schnell. Alle kampfenfähigen Mitglieder wurden wiederbelebt. Ein neuer Eintrag wurde in den Anahmen des Feuervogels freigeschaltet. Wunderschön. Ähm, ich glaube ich hätte die Anime mal einsammeln sollen. Wäre, glaube ich, nicht schlecht gewesen. Gut, Rem hatte halt nicht die meiste Lebensenergie, muss man auch mal sagen. Was gibt's bei dir noch? Hier kannst du dich für das geheime Training anmelden. Wir haben ein Verfahren entwickelt, mit dem wir Erinnerungen an vergangene Kämpfe rekonstruieren können. Du kannst gegen Abbilder bereits besiegter Gegner oder Kadetten dieser Akademie kämpfen, um stärker zu werden. Im Intensivtraining trainieren deine Charaktere mit Ausbildern der Akademie, wenn du das Spiel verlässt, und sammeln auch ohne deine Wiederaufsichtigung Erfahrungspunkte. Okay? Pro Trainingseinheit kann nur ein Charakter gestärkt werden, und die Ausbilder können nicht selbst gewählt werden. Je länger du trainierst, desto mehr Gegnern wirst du dich stellen können, doch es gibt eine maximale Anzahl an Gegnern für jede Trainingseinheit. Auch abhängig von der Stufe des Ausbildes können die Ergebnisse des Intensivtrainings ganz unterschiedlich aussehen. Das klingt ja witzig. Richtlinien für das Intensivtraining. Pro Trainingseinheit kann nur ein Mitglied einnehmen. Kampfpartner können nicht frei gewählt werden. Je länger die Trainingseinheit dauert, desto mehr Kampferfahrung kann gesammelt werden. Die ganze Zeit der Kampf ist jedoch beschränkt. Okay. Ah, okay. Ich könnte jetzt hier speichern, und dann geht es hier sozusagen. Ah, okay. Alles klar. Dann kommen wir da wieder in den Titelbildschirm. Ist also eine Variante, um aufzuhören mit dem Spiel. Gut, das wollen wir jetzt natürlich nicht machen. Wir wollen natürlich weiterspielen. Leider haben wir keinen Trainingspartner für dich finden können. Das ist jetzt überraschend. Innerhalb von fünf Sekunden. Dann, vielleicht solltest du das nächste Mal etwas mehr Zeit für das Training einplanen. Die Suche nach einem Trainingspartner bliegt erfolglos. Wäre was, was ich durchaus mal am Ende der Aufnahmesession machen könnte. Schauen wir mal. So, ansonsten müssen wir uns jetzt noch eine neue Mission suchen. Denn ich möchte ja nochmal auf die Weltkarte zurückkehren, auch um nochmal in die anderen Ruhbrummer Städte reinzugehen. Vielleicht gibt es da ja auch noch solche Lissi-Steine. Könnte ich mir vorstellen. Okay, das mit dem Vertigo war, glaube ich, ein Typ im Rüstungslabor gewesen, ne? Die Mission wollen wir nochmal annehmen. Ja, ja. Ach nein, Edelfelz. Ne, das will ich nicht machen. Wobei mich die Cosi-Kräute schon interessieren würde. Ah, wo habe ich denn das mit dem Vertigo gehabt? Ach, ich glaube hier oben, ne? War das hier? Könnte sein. Schauen wir einfach mal. Gibt es hier jemanden, der müssen... Ja, hier, genau. Du warst das doch, ne? Vertigo, genau. So, das ist meine Mission. In die Wälder von Ruhbrum. Das könnten wir durchaus tun. Und jetzt wollen wir uns dann auch mal aufmachen auf die Weltkarte. Und einfach mal schauen, was es in der Welt von Ruhbrum und auch in den beiden Städten, die wir noch nicht besucht haben, noch zu entdecken gibt. Vielleicht gibt es da ja auch noch Aufträge, die wir aushören können. Wäre bloß ein bisschen doof, weil wir ja jetzt schon einen Auftrag angenommen haben. Es ist schade, dass man wirklich bloß einen Auftrag zur gleichen Zeit immer annehmen kann. Ich weiß nicht, warum sie einen da so beschränken. Eigentlich wäre es cooler, wenn man zumindest eine Handvoll der Aufträge gleichzeitig annehmen könnte. Fände ich irgendwie schöner. Aber gut. Man kann sich alles haben. Muss ich jetzt hier wechseln? Weiß ich gar nicht. Ne, ich gehe einfach mal mit Ram los. Wird schon passen. Teleportsteine. Mit Hilfe von Teleportsteinen kannst du aus Kämpfen im freien Feld oder aus Höhlen fliehen. Aha. Es gibt sie bei Händlern in den Städten zu kaufen. Sie lassen sich jedoch nicht wie andere Verbrauchsgüter ausrüsten. Um einen Teleportstein zu aktivieren, öffne das Startmenü und wähle Gegenstand benutzen unter Gegenstand. Jetzt wissen wir auch, wie wir theoretischerweise aus dem Kampf fliehen können. Bisschen spät, aber was soll's. So, machen wir uns doch gleich mal hiervon nach Magdai auf. Da waren wir ja auch noch nicht drin, seit es wieder befreit wurde. Okay, wie sieht's hier aus? Ein Platz? Ist ja nicht viel. Und ein Auftrag, natürlich ein Auftrag. Was sonst? Was können wir denn bei dir kaufen? Der Wiederaufbau geht voran, aber für Waren sind wir immer noch auf Lieferungen durch die Akademie angewiesen. Müsst du was kaufen? Kommt drauf an, was du hast. Okay, hier gibt's Ausrüstungsgegenstände und einen Teleportstein. Okay. Nee, brauch ich jetzt alles grad nicht. Wobei es vielleicht nicht so schlecht wäre, mal einen Teleportstein zu holen. Der hat echt nichts anderes als seine Klamotten im Kopf. Mir selbst tut es ja eher um all die Bücher, die den Flammen zum Opfer fielen. Ja, Probleme, die man so hat im Krieg. Mir werden ja erstmal die Menschen am Herzen. Wer bist du denn? Ruheprober Bürger. Oh je. Das ist meine erste Ansprache als neuer Bürgermeister. Du bist Bürgermeister hier? Ernsthaft? Es interessiert sich doch bestimmt niemand dafür, was ich zu sagen hab. Ich hab meine Rede zum Gedenktag unseres Wiederaufbaus mehrfach angekündigt. Aber entweder haben alle es vergessen oder niemand will sie hören. Na dann. Echt? Du willst mir helfen? Aber ob überhaupt jemand kommen will? Dann trommeln wir die Leute doch mal zusammen. Das kriegen wir hin. Die Rede ist heute. Hab ich total vergessen. Ja. Toll. Der Bürgermeister hält gleich eine Rede? Die muss ich mir auf jeden Fall anhören. Ab mit euch. Los. Schnell. Husch. Die Ansprache des Bürgermeisters ist heute. Das hatte ich total vergessen. Ihr seid solche Pfeifen, ganz ehrlich. Der Bürgermeister hält eine Rede? Die muss ich mehr anhören. Die Kinder ja auch noch oder? Bestimmt, oder? Was? Eine Rede? Das wird bestimmt lustig. Lass uns gehen. Gut, damit müssten wir jetzt alle haben. Der Bürgermeister sieht immer noch ziemlich geknickt aus. Ey, es sind alle da. Hm, ein paar Leute haben sich versammelt. Aber ich kann meine Rede nicht halten, bevor nicht alle Bürger hier sind. Wie jetzt? Da steht doch keiner mehr. Sollen wir etwa die Leute aus den Häusern zernen, oder? Nee. Oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Doch, ernsthaft? Ja, bitte? Was? Du redest heute? Oh, nein! Ich war so mit Putzen beschäftigt, dass ich das Ganze vergessen habe. Ich komme sofort. Ihr seid Idioten. Dumpfbacken. Wer ist da? Ich muss das Haus hier hüten, während die anderen weg sind. Was? Alle versammeln sich? Ich komme schon. Diese Leute. Diese Leute. Gut, hier ist keine Tür. Hier drüben ist noch eine. Heute soll für Magda ein neues Zeitalter anbrechen. Und ich hätte diesen Tag beinahe verbarrikadiert zu Hause verbracht. Danke, dass du mir Bescheid gesagt hast. Diese Leute. Oh, der Bürgermeister steht. Ich glaube, ich habe alle erwischt. Kann das sein? Diese Leute hier. Unglaublich. Da hast du dir eine tolle Stadt ausgesucht. Es haben sich wirklich alle Bürger Magda jetzt zusammelt. Danke, dass du sie zusammengerufen hast. Als neuer Bürgermeister habe ich noch viel zu lernen. Aber ich werde mich bemühen. Ich würde mich gerne für deine Hilfe erkenntlich zeigen. Aber der Krieg hat mir alles genommen. Oh, warte. Das hier ist das wertvollste, was ich noch besitze. Misoas Steine halten. Oh, ein weiterer Lissi-Stein. Sehr cool. Siehste mal. Es gibt also noch mehr Lissi-Steine.